Es ist alles wieder aufgeräumt, aber im Bachbett drüben, da sieht man schön, dass da der ganze Bach heraus war. Da sieht man neben immer das Gras, das niederdrückte Gras durch die Wassermassen. Da sieht man jetzt, wie hoch das es wirklich war. Da sieht man es jetzt gut. Da war an sich bis zum Gelände rauf, war das Wasser. So hoch war das Wasser. Ein enorm.